schön weiterlaufen lauf weiter schön weiterlaufen ich rufe da wieder zurück ich hoffe der sieht mich hier nicht alter lauf Herz pocht und pocht die Frage ist jetzt läuft der hier unten weiter oder ne der geht gerade der wird leiser so doch ich höre ihn noch aber oh der kommt wieder scheiße ich sitze fest oder ich kann das so schlecht beurteilen ob der jetzt wiederkommt oh jetzt wird es laut okay der geht eine ganze Zeit nach oben und dann kommt er wieder runter ich traue mich nicht hier raus was scheinlich muss ich aber erstmal ne fackel haben ich weiß nicht ob ich die eine noch habe auf jeden Fall ist er jetzt wieder da ich spüre das Ende ist eine Art positiv denken von den Zuschauern ja sehr nett also sobald er hoch geht muss ich wahrscheinlich hier raus und schnell alles anzünden hallo so jetzt geht er hoch ne aber irgendwo müsste er jetzt hoch gehen ja hab ich noch ne fackel ich muss erstmal ne fackel suchen da haben wir noch ein Pfeil oh guck mal hier geht es auch weiter fackel 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 hier ist nur so ein kleiner raum aber keine fackel ok nee da kümmer ich bin nicht hier da hm komm ich dahinter ach guck mal ok Das ist ein interessanter Sound hier hinten. Ah, guck mal. Das muss ich von der anderen Seite, okay. Das gibt es ja auch ein Rätsel. Alles ein bisschen düster. Hallo. Ah, guck mal. Hallo Fackel. Hallo Fackel. Nö. Wir haben auch keine mehr. Bock, bock, bock. Wo bin ich jetzt hier? Immer diese sympathischen Käfige überall, ne? Boah. Boah. Ja, auf mich. Ja, ja. Okay, hier sind wir. Das heißt, am besten, wenn ich da reinkomme, direkt in dieses Mittelstück rollen, wa? Ja, aber ich muss ja erst da oben, weil hier komme ich ja nicht hoch. Das heißt, ich muss am besten... Wie er weiß. Ah, hat mich gesehen! Was ist das? geht darüber kann ich krabbeln da sollte ich vielleicht nicht rauskrabbeln hallo ich wüsste wo der lang gelaufen ist was geil so mit den ganzen spalten das gucken kannst da komme ich ja nicht raus ich höre ich ja nix er kommt, er kommt rein aber das ist so cool Ich glaube jetzt läuft der nach hinten Ich muss aber warten bis der nicht mehr so laut ist Hier sind wir ja reingekommen Das ist ja wieder der versteckte Raum, ne? Das ist ja wieder der versteckte Raum, ne? Von da bin ich gekommen Von da bin ich gekommen Und ich glaube hier muss ich lang Und ich glaube hier muss ich lang Jetzt hat er mich aber auch eingesteuert Wahrscheinlich muss ich da runter rennen so lange der nach oben ist Ja 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 Oh 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 Nein Nein Hilfe So So und renn, 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 renn Komm rein hier Wo bin ich denn jetzt rein gebackt? In die Wand Der ist direkt hier hinter Ich muss mich jetzt gleich noch mal orientieren wo ich hier raus muss Ich muss mich jetzt gleich noch mal orientieren wo ich hier raus muss Welcher Gang das Welcher Gang das Welche also welche Öffnung näher am Gang dran ist Wahrscheinlich Die hier, ne? Dann werde ich wahrscheinlich warten müssen Bis der fertig ist und dann da runter Und zwar Sobald der auf die andere Seite in die Ecke läuft, muss ich raus Fertig ist der schon eine ganze Weile Ja, ich hab ihn grad gesehen Der ist ja gleich noch auch schon von abgehauen Der hat sich gerade vorgestellt Ja Also muss ich jetzt wahrscheinlich warten bis der wieder hoch kommt Einmal hier rumläuft, dann muss ich raus Rennen Und dann unten wird wahrscheinlich irgendwo wieder ein Gefäß steckt sein Hoffe ich doch mal Ich glaub ich bin auch besoffen, guck mal wie wackelt Ja, er kommt Er kommt Nee, da läuft jetzt ja Zur anderen Seite Lauf kleines Bärchen, lauf 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 Und noch Nebel, wollt ihr mich verkackern hier oder was Gibt es hier irgendwo was zu verstecken? Gibt es hier irgendwo was zu verstecken? Irgendwas zu verstecken? Ja Ich versteck mich da mal hier, ne? Ja, kommt's Da steht da Ja Da steht da Ja Geh Verschwinde Verschwinde Ja 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 Ja